Ich lerne Deutsch. Nummer 14765 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Da will ich nicht hin. Da ist es immer so langweilig. Geh doch alleine hin. Da will ich nicht hin. Da ist es immer so langweilig. Geh doch alleine hin. Da will ich nicht hin. Da ist es immer so langweilig. Geh doch alleine hin. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Jetzt ist mein Geschäft eröffnet. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Jetzt ist mein Geschäft eröffnet. Das Nachtkerzenöl pflegt meine Haut von innen. Ich nehme die Kapsel mit etwas Wasser ein. Das Nachtkerzenöl pflegt meine Haut von innen. Ich nehme die Kapsel mit etwas Wasser ein. Das Nachtkerzenöl pflegt meine Haut von innen. Ich nehme die Kapsel mit etwas Wasser ein. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen trägt zum individuellen Erfolg bei. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen trägt zum individuellen Erfolg bei. In unserer Organisation ist Pünktlichkeit gleichbedeutend mit Respekt. In unserer Organisation ist Pünktlichkeit gleichbedeutend mit Respekt. Betont, dass Pünktlichkeit in dieser Organisation als Ausdruck von Respekt verstanden wird. Warum ist hier so ein Lärm? Ich kann die Lautstärke nicht ertragen. Die Geschichte klingt gut. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Die Geschichte klingt gut. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Die Geschichte klingt gut. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte zu uns nach. Willi. Ich bin mir nicht. Kannst du mir. Kannst du mir. In der. DSA. DSA.